servus und willkommen zu einem neuen projekt auf meinem youtube kanal ja der trick ist wieder da und er spielt modern skyblock 3 ja ich bin hier gerade auf der startinsel hatte gerade schon meinen spaß weil ich schon mal wenn getestet habe deswegen auch nicht komisch gucken gerade wegen mein 38 level da unten ja ich habe schon mal angefangen gehabt aber ich habe mich entschieden neu zu starten das als youtube projekt wieder zu machen dass wir mal wieder ein neues projekt wie gesagt auf youtube haben ja was was wollen wir tun wir wollen jetzt erstmal eine neue insel gründen da drücken wir erstmal die g-taste das sind wir jetzt hier in dem schönen buch drin und hier wird auch etwas erklärt und zwar was man haben kann man kann haben eine sandinsel eine schnee insel eine wood insel eine gras insel oder eine gog insel und eine magma insel wobei die magma insel sehr schwer sein soll und ich mich mit 1 12 noch nicht so gut auskenne habe ich mich entschieden jetzt das sozusagen über die schnee insel zu machen das heißt wir gehen jetzt hin und schreiben rein slash island create und snow und dann drücken wir einfach return so wir sind runtergefallen wir sind auf der schnee insel und es geht los wir sind im extreme hills so und jetzt heißt es erstmal unsere pampkins abbauen darf auch nichts runterfallen sehr schön die tun wir gleich mal weg da draus mache ich gleich ein sieht und ich tue mal den ganzen schnee aufräumen so als allererstes auch den schnee schön reinmachen weil wir brauchen jeden schnee den es gibt muss mir sowieso dann einiges einfallen lassen welche automation und so weiter und so fort fest buch ja ich hatte ich hatte gerade schon mal angefangen schon mittlerweile meine vierte insel hier auf dem server weil ich spiele auf dem server ja sind noch mehr leute drauf und ja also das heißt jetzt erst mal wir wollen nicht produzieren oder schnee machen 16 stück und wir legen wieder schnee aus auf unserer kleinen plattform weil wir brauchen jetzt erstmal ja ein bisschen grundlage dass wir überhaupt was machen können es wird ziemlich viel erklärt in dem in der put in g ja also wenn es sagt snow island ich spiele snow island kommt man jetzt hier first a warning don't use the pumpkin useless is a require for receive or a process your first goal is to get some snowballs shift right click on the snow to get some together genau jubel get mining fertig oder wie auch immer vor mal auf deutsch zuerst eine warnung benutze nicht den pumpkin er wird gebraucht für rezepte oder für prozesse dein erster punkt musst du machen sollst es in schneebähle shift right click also sneaken und rechtsklick auf dem schnee to get um einigen zu bekommen man bekommt meinigen also so meinings dinger vor für ein paar sekunden genau und jetzt heißt es erstmal für mich ich muss die plattform halt schneefrei machen nochmal weil wir müssen ja die plattform auch vergrößern ihr habt ja auch schon gelesen gerade steht ja auch da man sollte sozusagen einen schneemann bauen ja und der schneemann ist natürlich wichtig dass der hofte plattform ist nicht dass dann auch irgendwas blödes passiert und auf einmal fällt der schneemann runter und darum will ich den alles auf die plattform setzen dass dann von wenigstens von unten nichts passieren kann so das ist das schöne ist auch es kann auch sein dass dann die nächte übersprungen werden kann ich mich muss man dagegen was machen weil ja ich habe noch kein bett so aber also der schneemann kommt an dieses eck das heißt ich werde das mal hingehen und um diese plattform rum schnee setzen damit wir schon mal eine vergrößerung haben ja ich muss halt auch aufpassen dass ich nicht den ganzen schnee verwende wichtigste ist aber wie gesagt der schneemann kommt hier rein dass der schneemann auch nicht abhauen kann machen wir das schon mal also macht es aber gleich auch komplett dicht dann wieder kann ich wieder einsammeln jetzt muss man halt aufpassen nicht dass ich den boden auch noch mit weghau so mehr nicht mehr wieder nach oben gut ähm ja das habe ich super gemacht das heißt ich muss hier noch mal rein denn ich brauche ja sozusagen jetzt zweimal schnee ich hoffe dass jetzt nichts blödes passiert und ich brauche ja diesen pumpkin ja aber nicht aufsetzen sondern auf den schnee setzen und das beste ist auch jetzt seht ihr auch den grund warum dass ich den eingebaut habe ne schneemänner gehen kaputt wenn es regnet jetzt kann ich den wieder dann langsam hier zu machen und jetzt sieht man halt dass ich hier unten ein bisschen schnee habe und jetzt wenn ich dann sozusagen draufklicken produziert mir der gute mann die ganze zeit schnee so den muss ich zwar dann irgendwann umziehen lassen dass der mich nicht auf dieser plattform hier bleibt aber das passiert erst alles viel viel später so das heißt wir haben jetzt schneeproduktion und jetzt kann ich schon mal hingehen und die äh weiter so wir haben auch ein questbuch das ist vorhin mein problem gewesen ich habe schon mal angefangen äh habe vergessen aber das questbuch zurückzusetzen habe jetzt dafür ja dann alle questbuchs zurückgesetzt haben sie sich schon alle gefreut so es gibt dann ähm drei möglichkeiten und zwar ähm farming island da bringt er mich äh ich kann dann sozusagen alles machen ähm und so weiter und so fort bonsai äh magma so ah ok das ist was ganz anderes sehe ich gerade so das heißt ich brauche einen dirt und oak sapling ah ok also das heißt wir müssen jetzt sozusagen hier it all starts ne also das heißt wir brauchen jetzt einen dirt und einen oak sapling um ja so zu sagen weiter zu kommen das heißt jetzt für mich ich muss jetzt erstmal immer schön drauf die insel erweitern ja für diejenigen muss ich fragen ja wo war denn der dreck die ganze zeit wir haben ihn vermisst er hat nichts mehr gemacht auf seinem youtube channel ja das ist ein bisschen eingeschlafen welcher zeitmangel beziehungsweise wenn ich äh was gemacht habe dann bin ich gleich äh streamen gegangen ähm das projekt wird auch ähm so zwischen zwischen beiden ähm plattformen hin und her switchen das heißt wenn ich große farming sachen habe äh mache ich einen stream draus ich werde dann auch die folge hochladen bei youtube kein kein ding ähm aber wie gesagt dann können wir auch live bei twitch dabei sein werde ich aber vorher ankündigen so das heißt wir machen jetzt erstmal wieder mehr schnee und ich mache vor allem auch ähm mal auf der seite eine mauer hin dass da äh mir nichts passiert ich muss halt nur aufpassen nicht dass ich das jetzt zu hoch mache dass dann auch wenn man da die monster ähm erscheinen so und jetzt ist das spiel auch hier ach schneementieren könntest du bitte mal ein bisschen bisschen von der ecke da weg wenn man den halt einsperrt ne dann kann man die ganze zeit weil der macht ja sofort schnee aber wenn ich den laufen lasse ne dann läuft er mit links rechts links rechts und dann äh ja schnee produktion eingeschränkt so die erste folge wird auf jeden Fall länger weil wir müssen ja die plattform bauen wir möchten ja so weit kommen dass das Buch wenigstens äh äh startet wie gesagt ein bisschen kenne ich mich schon aus aber ich bin noch kein profi in 1.12 was heißt profi ähm ich habe mich mit 1.12 mal jetzt langsam beschäftigt weil da müssen wir ja natürlich immer auch mal weiter kommen weil unser nächstes pack ja sozusagen ein 1.12 sein soll ja was mache ich gerade ähm wer mich schon verfolgt der weiß es bei twitch ähm laufen gerade sozusagen ein paar projekte äh es läuft auf jeden fall gt wie gesagt gt ist komplett von äh youtube auf twitch gezogen ähm weil ich äh ja es gibt so lange farming passagen ähm das kann man im stream mal machen oder im stream ist das machbar weil man halt auch äh ähm mit der community halt dann in derzeit wegen plaudern kann also wenn ihr dann fragen habt kommt vorbei kein thema wir reden über alles und jetzt habe ich ein vorschau im hals quack die ist mir weg und ja wie gesagt gibt es dann so 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 ja bessere möglichkeiten halt mit der community zu kommunizieren da habe ich mich auch entschieden ein wenig auf mehr zu streamen als videos zu machen wie gesagt videos gehen jetzt wieder los ich will dann auch peu a peu dann anfangen tutorials zu machen ähm oder sonstige wünsche was ihr habt wenn ihr zum beispiel sagt also nehmt auf minecraft muss ich dazu sagen ob das jetzt so auf dem mal ideen kommt und ja genau der schnee man will mich ärgern das ist immer aufwendig so immer hinzudrehen dass ich nicht hinkomme schnee alles schnee so und diesmal mache ich es anders diesmal äh tue ich komplett wo der schneemann ist die plattform schützen und zwar doppelt na ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft so oft ich es schon mal getestet habe dass der schneemann ähm belebt vielleicht schaffen wir es ja diesmal mal gucken mal gucken so sehr schön sehr schön wir haben dann alles das heißt ich kann dann hier auch durchgehen so es ist schon dunkel natürlich nicht gerade gut muss warten bis tages das heißt wir haben zeit noch blöcke zu bauen und dass wir dann sozusagen unsere erste mob farm bauen tagsüber und dann in der nächsten nacht halt auch drüber marschieren können um äh ja ersten Sachen zu bekommen so was ich schon mal machen kann ist ich habe ja Schneebälle na mache ich jetzt mal Schnee draus und äh no bricks war das no bricks oder war das jetzt Moment äh das war G das heißt ich brauche nämlich jetzt einen Freezer äh der Mini Freezer wird gecraftet ah genau mit zwei Schneeblöcken übereinander na und dann mache ich mir auch gleich mal zwei Stück denn wenn ich jetzt dann hier sozusagen Schnee rein schmeiß äh kommen jetzt Heavy Snowballs raus und die kann ich als Waffe benutzen gut gut na wir müssen ja sozusagen den Kameraden da drüben ein bisschen rumspielen wobei müssen wir eigentlich mit denen rumspielen ich glaube gar nicht ich glaube gar nicht dass ich mit denen rumspielen muss fällt mir dazu auf aber es ist schon mal sicherer also ich brauche auf jeden Fall eine Monster Farm äh ist nicht gerade schlecht wenn ich sie äh von Anfang an plane na kannst du mal wieder in deine Ecke da verschwinden kann er nicht der mag nicht der hört nicht der ist das Schlimme wie ich das heißt wir brauchen davon noch viel mehr so und warum ist eigentlich ganz einfach weil wir aus äh dem Schnee dann sozusagen in dem Kühlschrank dann äh produzieren auf den unser Sapling dann wächst so die zwei so und jetzt habe ich schon mal vier Stück da die nehme ich jetzt und mache jetzt auch einen Block draus und jetzt habe ich Heavy Snow so und diesen Heavy Snow packe ich jetzt hier rein und jetzt habe ich eine Geschwindigkeit von 0,25 um da draus ähm anderes Produkt zu machen das müsste eher wenn ich mich nicht ganz täusche ähm ja das weiter muss ich jetzt gucken halt das muss bei G ich würde schauen ähm genau if you get some rotten flesh you can äh genau ba 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 okay äh next goal is to build a mob farm normal snow blocks are not recommend as you may shift right click even how do you get some bone if you get some rotten flesh you can make the flesh snow nuggets as food once you get that you need to make to cause cursed dirt and use one of them for us boost the sapling so da sind wir jetzt gerade dabei jetzt machen wir mal eins zwei drei nein ich brauch doch viel mehr Schnee ich brauch doch nie mehr Schnee bringt doch nichts wenn ich jetzt da äh rummarschieren mit den paar Blöcken wenn ich zehnmal so viel brauche weil ich muss ja drüben auch noch eine Plattform bauen das wird sich dann zwar ganz schnell ändern weil mir dann die äh mob fahren halt immer wieder durch das äh was wir am besten kriegen dann austauschen aber wie gesagt wir brauchen Skelette noch 46 Blöcke das könnte schon besser sein oh und wir haben unseren Cursed Dirt ähm diesen Dirt brauche ich jetzt um einen Sapling herzustellen ich weiß noch nicht mehr wie genau ich brauche nämlich Bone Meal zwei Pumpkin Seeds und ein Cursed Dirt dafür brauchen wir die Mobfalle so das heißt wir sind jetzt schon mal drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn zwierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig fünfundzwanzig so ab hier will ich die Plattform beginnen lassen das ist erstmal eine drei mal drei dann wird es jetzt eine fünf mal fünf eins kann ich noch einen machen ja so jetzt misse ich eigentlich sechs und sieben gut und dann haben wir hier auch nochmal einen und die letzten Schneebälle auch nochmal dann wird es eine Plattform sieben mal sieben dann müsste es auf jeden Fall reichen so so habe ich sogar komplett bekommen cool so jetzt müssen wir schön langsam laufen das ist noch nicht sicher dafür brauchen wir halt sehr viel Schnee auch schon drauf da hinten ins Eck klicken da ist ja nicht so oft das heißt ich brauche jetzt massiv Schnee das ist halt der kleine nachteil am anfang und ja noch 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 ein paar Informationen wie es jetzt insgesamt aufnehme ich werde auf jeden fall immer so ich werde zwar meine folgen geschlossen halten aber ich nehme meistens in sessions auf also wundert euch bitte nicht wenn wenn ich nicht dann in der nächsten folge drauf eingehen sollte wenn man schreibt wenn es schreibbar ist als kommentar dass man beantworten kann werde ich es beantworten wie gesagt sonst im nächsten nächsten aufnahmesession oder wie gesagt im stream so wir haben nochmal 32 Blöcke der läuft jetzt auch so komisch so dann haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 9 oh Gott 2, 4, 5 6 7 2, 4, 6, 8 9 wieder zurück marschieren und weiter brach Schnee produzieren das war jetzt gerade ein bisschen schade wie ich ja der Zeitkoordination die Folgenlängen werde ich immer so zwischen 20 und 30 Minuten halten kommt immer darauf an wenn ich noch was wichtiges mache was wir zum Beispiel brauchen für die nächste Folge dann mache ich das gleich noch in der Folge mit da drin wie gesagt ähm sonst ja ich hätte immer gesagt so das ist eigentlich ne 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 schöne ne schöne ne schöne Anzahl an Minuten was man mal haben kann ähm Folgen wird es unregelmäßig noch geben aber das soll sich dann auch ähm im Laufe der Zeit dann verbessern das dann ja vielleicht sagen wir mal vom Montag bis Freitag jeden jeden Tag ein Erfolg rauskommt man muss ja erstmal wieder kompletten Rhythmus kriegen dafür so dass die da nicht hoch latschen können ich da ist da nicht mehr so drüber wackeln muss auch mit dem Wegbreiter wir brauchen ja irgendwas zu tun kann mich auch einfach ins Eckstellen sagen wir warten auf die Nacht nee so nicht wird hier schon gearbeitet so ein bisschen im Kopf habe ich ja auch schon wie ich das insgesamt äh machen will 246 7 8 ähm ich möchte jetzt sozusagen auf der obersten Ebene äh werden die ganzen Farmen erstmal aufgebaut ähm im dann gibt es so ein Stockwerk drunter wo ich dann eventuell ja doch ein Stockwerk drunter wird dann sozusagen das Maschinen äh Paradies da wird dann alles was mit Automationen Maschinen und sonst was zu tun hat und die dritte Etage ja muss man gucken was das dann alles wird so 32 Blöcke aber jetzt wohl langsam dunkel das wäre nicht schlecht es wäre zwar nicht schlecht wenn ich es vorher schaffen sollte noch ein bisschen den Gang zu safen dass ich mich gleich runterfall aber man muss halt schauen was man hat so auf jeden Fall ist es schon mal dreispurig wird es sich gleich wieder ändern zu einspurig wir müssen halt jetzt hoffen dass ein Skelett da drüben spawnt ich hasse zwar Skelette weil die können eine hier richtig gefährlich werden so machen wir es so schnell wie möglich so viel wie möglich Schnee und wir breiten wieder aus hier geht es ein wenig besser kommt es mir nicht die ganze Zeit vor jetzt hätte ich lecks so drüben wir schon mal was gespawnt ich weiß noch nicht was wir wollen es herausfinden ich meine natürlich nicht sterben so aber das ist ein Skelett zwei Würfel und es ist tot sehr schön na super dass die nicht die intelligentesten sind hat man es auch gerade gemerkt ne höh höh ich weich mal aus nach unten Trottel brauch dich doch super jetzt muss ich dann darüber latschen und draußen noch eine Schutzregelung machen dass die blöden Viecher nicht runterfallen ups und wir auch hoffen dass noch was nachspawn nicht dass die nacht rum ist und ich hocke hier immer noch rum das wäre natürlich doof so ich habe schon wieder den punkt auf der minimap das ist sehr schön und sehr gut mehr der punkte das heißt ja noch lang nicht au au so wir kriegen auf jeden Fall auch Loot Bags oh schön noch gespawned noch noch so ein blöd Mann hey du bist schon tot tut mich der an ich glaube ich hänge ganz toll so schauen wir in den Lootback rein was haben wir denn gekriegt damit hellen sehr schön aufziehen oh es heißt aber oh oh ich habe keine Schneebälle mehr wir machen mal die Tür zu dass sie nicht weg dass sie nicht reinkommen weil ich muss jetzt ganz schnell noch mal Schneebälle produzieren weil sonst bin ich ganz schnell tot kommen sie ran da ich habe jede Kugel so wir machen wieder dicht bin ja gerade beim überlegen ob ich die Skelettin nicht einfach drüben verrecken lass aber jetzt muss ich vor allem mal was essen das war jetzt bei g rotten flesh und zwar das waren drei Schneekugeln mit rotten flesh haben wir gerade bekommen haben wir schon mal jetzt nahrhafte nahrung nahrhafte nahrung wow wird es auch sogar besser besser cool wird es natürlich irgendwie wenn ich so ein scheiß skelett irgendwie hierher locken könnte jetzt sind die die spawnt ja grutze fix soll denn der scheiß da haben sich die jetzt alle das leben genommen weil sie mich gesehen haben wenn nicht nett 3 habe ich noch so wir machen wieder dicht wir gucken nach vielleicht ist da auch bombil dabei nein ein iridium alloying wird einen ender staff und ein withering wow nicht das was ich brauche nicht das was ich brauche ich brauche immer noch ein bonemil noch mal rein noch mal rein noch mal rein habe ich drei stacks kann ich nur mal versuchen ja mein problem ist halt es ist jetzt kein skelett gespawnt sehr schön so wow der hat mich schon wieder fast platt gemacht der gute mann so muss was essen da und so kann ich bewerben kann ich dich soll ich darf dich jetzt mit der hand runterhauen da ist aber nett na komm du musst mich jetzt nicht mehr hauen oder was wie betreff ich ich mich nicht so an mach nicht mach nicht so oft mein erster ende nicht mit der hand töte oder auch nicht ich hab's gedacht ich höre jetzt auf ich stehe jetzt gut drauf und wir gehen jetzt weg ich glaub's ja Ah! Du kannst dich abbauen. Scheiße, ne? Mach dich schlau! Ich will dich noch killen! Hey! Hey! Kann ich denn jetzt wahr sein? Was ist denn der? Huh? Enderperle? Kann man ja immer brauchen. Hallo? Warte mal. Kommst du vom Dach runter? Geht der weg? Ich glaub's ja. Gut, aber das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen Schnee vorbereiten, die Plattform besser ausbauen, noch besser ausbauen, dass die noch ein wenig gröner wird. Ähm, hoffentlich nicht sterben. Und, äh, dann geht's beim nächsten Mal weiter, wenn wir dann auf der Knochensuche sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Ciao!